Musik Themenreihe FreeWiPX 15 Asterisk 16 Thema Konfiguration von PostFix für den Mailversand Herzlich Willkommen zu einem neuen Video unserer Themenreihe FreeWiPX 15 Asterisk 16 In diesem Video möchte ich erklären, wie man die Mailfunktion aktiviert, um von FreeWiPX Mails versenden zu können. Die Mailfunktion in FreeWiPX ist eine äußerst wichtige Funktion, denn FreeWiPX versendet Mails für alle möglichen Dinge. Für Backups, die durchgeführt wurden, wenn neue Module zum Update verfügbar sind, auch wenn es Probleme im System gibt, bei Systemfehlern werden Mails versendet und natürlich ganz praktisch auch, wenn Voicemails empfangen werden, dann werden die ebenfalls per Mail versendet. Mitempfangene Faxe können per Mail versendet werden. Das heißt also, es ist unheimlich wichtig, FreeWiPX so zu konfigurieren, dass es Mails verschicken kann. Im Standard kann FreeWiPX keine Mails verschicken. Das heißt also, wenn Sie bisher alles so gemacht haben, wie in meinen Tutorials erläutert, können Sie mit FreeWiPX noch keine Mails verschicken. Dieses Video soll das Ganze ändern und ich will Ihnen zeigen, wie Sie mit FreeWiPX Mails verschicken können über PostFix und einen GMX-Account. Sie können natürlich auch andere Mail-Accounts verwenden. Sie müssten dann die entsprechenden Einstellungen wie Mail-Server und so weiter entsprechend anpassen. So, und dann fangen wir ganz einfach mal an. Was brauchen wir? Zunächst brauchen wir erstmal einen Mail-Account, den wir als Absender benutzen für die FreeWiPX. Da können wir uns irgendeinen einrichten, GMX, Gmail, da gibt es ja kostenlose Anbieter. Ich habe hier mal für mein Beispiel einen GMX-Account eingerichtet. Wir brauchen weiterhin eine FreeWiPX, die konfiguriert ist, mindestens nach den Teilen 1 bis 3 und auch funktioniert natürlich. Wir brauchen ein Putty, ein WinSCP und die downgeloteten Konfigurationseinstellungen von der Blog-Seite. Der Link steht unter dem Video. Das habe ich hier entsprechend vorbereitet. Ich habe also hier mein Putty bereits geöffnet und ich habe auch hier mein WinSCP bereits geöffnet. So, und hier gehen wir jetzt in das Verzeichnis ETC und in das Unterverzeichnis. Da sehen wir es nochmal. Gehen wir mal runter auf P zu PostFix. So, und hier haben wir dann die Datei MainCF und die müssen wir modifizieren. Öffnen wir also, gehen ganz nach unten, schaffen uns ein bisschen Platz und tragen diese Konfigurationszeilen ein. Wie gesagt, die finden Sie auf der Blog-Seite blog.griebsch.de. Der Link ist dann unten drunter, unter diesem Video. Was haben wir hier gemacht? Wir haben also erstmal gesagt, der Relay-Host, das heißt also der Server, über den versendet werden soll. Das ist hier mail.gmx.net. Also wer über Gmail oder über einen anderen Provider versenden will, muss diesen einfach entsprechend anpassen. SMTP-Use-TLS, das ist die verschlüsselte Übertragung, ist hier auf Yes gesetzt. Die meisten anderen E-Mail-Provider übertragen auch verschlüsselt, also wird das auch stehen bleiben können bei den meisten. Authentication ist enabled. Hier haben wir angegeben, in welcher Datei sich die Zugangsdaten befinden, also Benutzername und Passwort. Die werden wir gleich noch anlegen. Und hier noch zwei weitere Einträge. Ja, das können Sie also so übernehmen, bei anderem Provider entsprechend anpassen. Ansonsten hier erstmal speichern. Dann benötigen wir als nächstes diese Datei mit den Passwörtern drin. So, das kopiere ich mir hier mal und sage in meinem WinSCP einfach mit der rechten Maustaste Neu, Datei und füge meinen Dateinamen hier ein. Und dann habe ich die Datei und die öffnet sich auch gleich. So, in diese Datei muss folgender Eintrag rein. Dieser, das heißt also, der muss jetzt entsprechend noch aktualisiert werden mit den richtigen Daten. Das heißt also, der Relayhost, also in dem Fall mail.gmx.net. Und dann ihr Benutzername und ihr Passwort bei gmx ist das ja immer die E-Mail-Adresse der Benutzernamen und das Passwort, das vergeben Sie ja dann. So, ich werde jetzt mal meine Daten hier zu eintragen. Das werde ich allerdings verdecken aus Sicherheitsgründen. Das versteht sicher jeder. Und ersetze das hier durch meine Daten und speichere das Ganze ab. So, nun müssen wir noch zwei Befehle ausführen. Wir müssen einmal diesen Befehl ausführen, um die Passwortdatei zu erstellen. Und wir müssen den Postfix-Dienst noch einmal neu starten mit Service Postfix Restart. So, dann sind wir mit der Konfiguration hier soweit durch. Jetzt müssen wir in der FreePBX-Oberfläche noch einiges konfigurieren. Und aus dem Grund rufen wir die mal auf. So, da ist sie. So, dann sind wir hier drin. Und jetzt gehen wir hier in den Systemadmin. Und da gibt es eine Option Meldungseinstellungen. Das haben Sie natürlich nur, wenn Sie hier die Aktivierung durchgeführt haben. Die Aktivierung ist kostenlos, sollten Sie also machen. Und dann haben Sie hier auf jeden Fall Meldungseinstellungen. So, und hier tragen Sie jetzt Ihre E-Mail-Adresse ein, die Sie sich bei Gmx oder irgendeinem anderen Provider erstellt haben. Ja, ich habe mir diese Adresse hier erstellt. Und die schreibe ich hier als Absenderadresse aller möglichen Nachrichten hier rein. Dann haben wir die hier drin. Das tun wir einmal speichern. Und diese Adresse müssen wir noch einmal eintragen. Hier in erweiterten Einstellungen. Da machen wir es uns einfach und suchen einfach mal nach Mail. Da werden wir das beim dritten oder vierten Versuch irgendwo finden. Da im Benutzerverwaltungsmodul E-Mail von Adresse. Und da tragen wir das auch noch mal ein. So, das sollte eigentlich schon alles gewesen sein. Hier noch mal Apply Config. Das heißt also, dass die Änderungen nochmal neu geladen werden. Und dann können wir auch schon zum Test übergehen und können mal schauen. Ich habe also hier meinen Outlook geöffnet. Und hier in diesem Postfach sollte dann unsere Test-Mail ankommen. Um eine Test-Mail zu versenden, gehe ich hier in die Benutzerverwaltung. Da haben wir die Benutzer für die Nebenstellen. Da gehe ich hier in einen Benutzer hinein. Gehe auf Benutzer-Details. Und hier kann ich die E-Mail-Adresse des Benutzers angeben. Da gebe ich jetzt meine E-Mail-Adresse an. Hier zu Hause. Und an die Adresse mit dem Absender der Gmx-Adresse soll dann eine Mail versendet werden. Und natürlich auch ankommen. Und da sage ich hier einfach bestätigen und E-Mail an Benutzer senden. So, und dann schauen wir mal hier rein. Und wie Sie sehen, haben wir hier von FreePBX entsprechend die Nachricht bekommen. Funktioniert. So, das war vergleichsweise mal ein kurzes Video. Die anderen sind ja immer ein bisschen länger. Da gibt es immer mehr zu erklären. Ich habe mich lange davor gescheut, diese Funktion mal auszuprobieren und mir das mal anzulesen und zu erarbeiten. Denn ich habe vorher schon komplette Postfix-Konfigurationen gemacht. Und die waren sehr trickreich. Und die waren auch sehr aufwendig. Aber dadurch, dass in der Sankoma-Distribution der Postfix-Server schon vorinstalliert ist, waren hier nur noch wirklich diese kleinen Einstellungen notwendig. Und als ich das gesehen habe, wie einfach das ist, habe ich mir gedacht, mache ich gleich mal ein Video drüber. Denn das kann anderen auch nutzen. Und dann braucht man unter Umständen nicht das kostenpflichtige Modul SysAdmin Pro zu kaufen. Das war es dann auch schon wieder für heute. Danke, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.